Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages next ist hier das Alpha-Tier Damit herzlich willkommen an alle Trainer und Trainerinnen da draußen Der Graue ist am Start Genau wie Kinoke Nicht mal keiner Ja Also irgendwie hab ich mir das lustiger vorgestellt Herzlich willkommen an alle Chikos und Chikos draußen Tolle Dinge haben wir hier bekommen Sieht man auch noch nicht so ganz Guck mal, schön, ne? Finde ich voll cool Haben wir geschenkt bekommen Von unserem Kollegen Und äh Ja Die werden jetzt mit uns dabei Ich muss auch noch irgendwie rein Äh Chiro Gut, äh Ich hab äh Jetzt darf man die mal sehen Ah, Chiro Äh Ihr könnt die Dinger wegstellen Stellt sie hinter euch Und dann passt das Nimm dich hinstellen Goddammit Die müssen noch 5 Jahre halten Muss meinen Enkelkinder noch davon erzählen Echt mal Aber es ist eigentlich schon wieder neue Richtig So, wie ihr in der Unterschrift Äh, schon lesen könnt Äh, worum es heute geht Äh, wir kommen erstmal zum dritten Advent Wuhu Jeey Und wir haben dann noch Eine Kerze Aber wir können ja Äh, das ist ja auch noch anstecken Das Problem Nein Und zwar Pizza Okay, ähm Wir haben heute das Thema Ähm, 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 ähm Bestes Level Und beste Quest Und, äh, vielleicht mag ja jetzt diesmal jemand anderes mal anfangen Ladies first Also ich Ja Okay, dann fange ich mal mit dem besten Level Beste Quest an Ähm, die ich so Selber kenne Ja, hi Gucken wir uns nicht so komisch an Ähm Ja, es war für mich ziemlich schwierig Erstmal darüber nachzudenken Welches ich nehme Endeffekt Ich bleib bei Metal Gear In Metal Gear Rising Fand ich, ähm Ein Level Eigentlich richtig Genial Weil Da wird, ähm Riden alias Jack the Ripper Auch wieder zu Jack the Ripper Und Der ist dann total Crazy Und Metzelt alles einfach nieder Und Der Modus ist einfach so genial Und diese Stelle Wo er da Wieder zu Jack the Ripper Wird Die ist einfach so in meinem Kopf geblieben Dass ich, wenn ich daran denke An die Stelle Dass ich dann einfach nur so denke So Mau, will wieder zocken Es ist, äh Meine Bestes Level Ich weiß Ich hab wieder nicht die besten Levels Im Gegensatz zum Rest Die haben doch gar nichts gesagt Ich weiß aber schon Dass ich nicht die besten Levels hab War erst bei den letzten Mal genauso Und dieses Mal ist es wieder so Sie hat gute Laune Nur mit dem Bescheid wissen Ja Ja Gute Laune? Ja Ja Ich bin müde Ich bin dafür das Ja, wir sind gerne Ja Vor allem ich Alter, geh rein Ich geh mal weiter Wieso nicht? Weil ich soll immer noch keine Ahnung haben Ladies first Ein Gebär Mein Herz ist es Ich, äh Ja, ich stehe zu meiner femininen Seite Ähm Ich hatte auch Schwierigkeiten Ich hab Schnauze Ich krieg mal ein Hühnchen ruhig Ähm Ich muss auch übelst lange überlegen Da hab ich mich auf zwei Dinger reduziert Weil ich mich an selbst kaum eine Quest Oder sonst irgendwas erinnern kann Da hatte ich zwei Sachen Natürlich könnte ich wieder was von Dark Souls nehmen Ähm Aber Äh Äh Hab ich gesagt Ne Das erste richtig coole Level Was ich halt hatte war In Halo 2 Wir gehen wieder auf Halo zurück Äh In Halo 2 Äh Wo du zum allerersten Mal Das zweite Level? Das müsste das zweite Level gewesen sein Wo du zum allerersten Mal In Eliten spielen konntest Du musst endlich Fuckin Eliten spielen Die Viecher die du immer cool fandest Und gegen den mal kämpfen musstest Leider Du hast Ich hab in Halo 1 immer versucht Mich auf deren Seite zu schlagen Hab ich immer meine eigenen Kameraden getötet Nur damit sie sehen Oh cool der ist ja cool Drauf komm Vielleicht Äh Will er mit uns spielen Oder sowas Erstmal gehofft Aber es hat nicht funktioniert Und ähm Ich fand das so geil Dass du eigentlich diesen Eliten spielen durftest Du hattest Hast Mit anderen Eliten durftest du hinrennen Du durftest die anderen töten Und 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 Eigentlich jedes fucking Level Mit den Eliten war cool Oder mit den Gebietern Weil du auch nochmal Jäger an deiner Seite hattest Du hattest Jäger dabei Die einfach alles nirgemäht haben Du standst dahinter Und hast dir einen abgelacht Und die Bullets sind einfach nur gestorben Und ich fand's voll cool Hat mich riesig gefreut Ich hab mich gefreut wie ein kleines Kindchen Und ähm Ja das war äh Wie ein Schneekönig Wie ein Schneekönig Im Winter Und ich heißt König Also Und darauf abgibt es dir Achso okay Was sagen die meisten Ich freu mich wie ein Schneekönig Achso Regenbogenpony Regenbogenpony Ich freu mich so Ich guck's Ein Horn Regenbögen Ein Horn Regenbögen Ja Äh Ist diesmal nicht so spektakulär Ich hab noch nicht viel zu sagen Weil es einfach nur deswegen ist Ich hab mich selber sehr schwierig gemacht Bei dieser Frage Ähm Und ja Es ist Halo 2 2 das Level Also das erste Level Mit dem Gebieter Arbeater Ähm Und äh Ja Wer wer jetzt nichts ist Ja Ja jetzt Ist mir grad so eingefallen Also ich selber hab das Level Zwar noch nicht gespielt Aber ich hab ein Kumpel Schon bei mir 5.000 Mal damit zugesehen Wie er das Level gespielt hat Und zwar Beziehungsweise die Quest gemacht hat Und zwar wenn du In Skyrim Das erste Mal Nach Sofengarde kommst Also ich hab's soweit noch nie geschafft Aber ich bin jetzt Gellemann halt auch so ein Totaler Anti-Hauptquest-Mensch Aber einfach dieser Moment Wenn du dann da In dieser Riesenhalle stehst Einfach die ganzen Legenden In die du von Himmelsrand hörst Um dich rum Du kannst einfach mit allen reden Und Es ist einfach so Fucking episch Und es sieht so Fucking episch Aus Und Es ist einfach Fucking episch Hab ich schon gesagt Dass es episch ist Also wie gesagt Es ist episch Und Ich bin Langsam echt Hab ich überlegen Da will ich Endlich auch mal selber Beim Spielen Ich das Gefühl hab Da hinzukommen Eventuell doch mal Die Hauptquest Mit einem meiner Vielen scum Charaktere Zu machen Vielleicht Hast du ja mal die Chance Beim Let's Play Vielleicht Mal schauen Vielleicht Macht die Hauptstory Weißt du Ja das hat man von Anfang an gesagt Überleg nochmal Vielleicht Nix vielleicht Es ist so So und jetzt Knurrt man wieder das Kabel so um Dass er am Ende gar nichts mehr davon hat Jetzt hinbegen wir es jetzt nochmal über die Kerzen rüber Tötet das Skyline Ah Gott Ja also Was soll ich sagen Meine Lieblingsquest Nein Wolltest du sagen Oder hast du es gerade Chaioke Nein Chaioke Whatever Schlagt euch Jetzt packt die Würfel weg Geht doch Ja ähm Meine Lieblingsquestreihe Zieht sich durch mehrere Spiele Weil es die in jedem Teil gab Von dem Spiel Ja Komm auf den Punkt Punkt Nein ähm Es geht einfach nur darum Ähm Ab Assassin's Creed Ähm Zwei Hast du immer die Möglichkeiten Ähm Eigene Städte aufzu Also Städte die schon vorhanden sind Aufzurüsten Oder zu renovieren Und dazu gehören dann auch immer wieder Viertel zu erobern Indem du Feindliche In dich in ein feindliches Lager einschleißt Dich nicht dabei erwischen lässt Wie du Alle anderen umbringst Die da vorhanden sind Und es Es macht einfach nur Spaß Vor allen Dingen Wenn du Aus den neueren Teilen Die Berserker Pfeile hast Dich schön irgendwo In einem Busch hinhockst Ein Ein oder mehrere Anvisierst Ein Berserker Pfeil abschießt Und die sich alle gegenseitig abmetzeln Und du dann im Endeffekt merkst Du brauchst gar nichts mehr machen Es ist schon alles tot Das ist mal Also mir macht das bis jetzt immer noch am meisten Spaß Und Das wird sich wahrscheinlich auch noch die restlichen Teile durchziehen Die noch kommen werden Wenn noch welche kommen Es kommen noch welche Die wollen noch so viel Kohle dafür haben Das ist auch keine tolle Spielereihe mehr Das mit den ganzen einzelnen Teilen Haben sie im Vorfeld schon geplant gehabt Äh, jedes Jahr bin ich immer ein Teil Darum geht es jetzt hier aber nicht Darum geht es jetzt nicht Darum geht es gar nicht Trotzdem ist das unser Ding Ich schlafe jetzt ein Du bist sowieso eine Schlaftablette Richtig Okay, ich nehme das Ding in die Hand Ja, ich nehme das Ding in die Hand Ah, okay Okay Wettsack Wettsack Das könnt ihr ja mal in eure Kamera Nein, die will ich Ihr könnt mal in die Kommentare schoten Was ihr alles so für coole Quests habt Ich weiß diesmal war es nicht so spektakulär Ist aber auch ein sehr schwieriges Thema gewesen Ähm Also ich wusste selber nicht was ich machen sollte Entweder von Dark Souls das letzte Level Oder halt von Halo das zweite Level Aber dadurch, dass ich das Halo halt früher hatte Und wesentlich begeisterter davon bin Hab ich mir gedacht, dass ich dann halt lieber Halo 2 nehme Ähm Weißt du, also du warst nicht die Einzige Jetzt nicht so spektakuläres halt in der Hinsicht So, äh, das war leider ein bisschen blöd Jetzt ist eigentlich so Kamera war voll und konnte nicht mehr machen Äh, ja Wie gesagt, das war unser, unser Beitrag dazu Ähm Zum ersten, äh, zum dritten Advent jetzt Und, ähm Das vierte Advent wird ein mega special Advent Ähm, Ding Und mega peinliches Advent Ding Ähm So wie alle anderen Aber ich hab mir gedacht, das müssen wir machen Weil das kommt dann voll cool rüber Ähm Jetzt hat doch nicht so viel Ihr, wie gesagt, in die Kommentare schroten Des Weiteren Guckt ihr am besten jetzt demnächst auf unseren Twitch-Account Weil, ähm Graudonnen Bei mir Graudon da ist und er niest Die ganze Zeit In jedem Twitch-Folgen ist er die ganze Zeit noch am Niesen Nein, ähm Genau, mein Haul ist ja auf Twitch-Set Äh, und zwar werde ich dann, ähm Immer mal wieder Samstags Also ich mach immer nur Montags bis Freitags Leite ich immer nur alles hoch Und Freitags kommt halt nie Und Sonntags kommt man halt immer dann dieses Let's Play Together-Gescheiße von denen Und da hab ich mir halt so gedenkt, äh Was ist Samstag eigentlich? Samstag wird dann immer so, äh Ich werd's dann wahrscheinlich immer mal Äh, hinschreiben auf die Facebook-Seite Wann genau Ähm Wird immer was, äh, von Xbox One auf Twitch, äh, folgen Ähm, zwei Stunden lang so eine Drehrung Und, ähm, ihr könnt dann mal entscheiden, was wir hier halt spielen sollen Ich will mir den nächsten Minecraft noch für die One holen Des Weiteren hab ich jetzt, ähm, dann Halo Ich habe COD und ich habe Assassin's Creed Black Flag Also ihr könnt euch zwischen diesen vier Spielen dann immer entscheiden, was ihr halt mal sehen wollt Und, ähm, dementsprechend, ähm, ja, machen wir das dann Äh, entweder bin ich wieder zu faul Und hab's vergessen, hier, äh, reinzuschreiben den Link Oder ihr seid unten in der Videobeschreibung drinnen Äh, könnt ihr mal Würdest du mal aufhören, mich ganz trivial Grenzdepil anzuschauen und zu kauen Aber wir haben heute alle Sprachbäler, oder? Pinguin Pinguin Mit den Worten Einen schönen dritten Advent Ciao Kälber zu schlagen